Mein Name ist Daniel Scholl. Ich liebe diese Stadt. Das Haus, das Wetter, die Frauen. Vor allem diese eine Frau. Ja, vor allem diese eine Frau. Du gehst ganz schön ran. Es war keine gute Idee, die Polizei zu rufen. Es war dumm. Sie wollen das Haus verkaufen, nicht? Ob Sie das Haus verkaufen wollen? Tag, ich bin Ellie. Ich wohne hier drüben. Was machen Sie in der Stadt? Ich bin hier wegen meiner Doktorarbeit. Ich war ein paar Wochen in Marokko. Sie haben verschlafen? Was soll ich verschlafen haben? Das Konzert. Was ist Feige eigentlich für ein Typ? Er ist schräg. Einmal habe ich versucht, ihm zu erzählen, dass bei mir nichts zu holen ist. Er hatte einen Ständer. Seitdem schaut er mir nicht mehr in die Augen. Sag mal, ist alles in Ordnung? Du wirkst ein bisschen verwirrt. Wenn alles gut geht, darfst du mich morgen vögeln. Feige hat gesagt, er würde in seine Wohnung gehen, ist aber dann Martin hinterher. Lass mich endlich mit diesem Quatsch in Ruhe. Was machst du hier? Was für ein Problem hast du? ! Was heißt das?